Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2016-2, also dem Herbst, und befassen wollen wir uns mit der Aufgabe 1. Bei der Aufgabe 1 geht es um Abwässer, die irgendwie neutralisiert werden sollen, und da ist die erste Frage zu dem Thema, geben Sie an, worüber der pH-Wert eine Aussage macht. Also die Aufgabe A ist eigentlich die Frage nach dem pH-Wert, und der pH-Wert ist ja auch in der Formelsammlung von der IHK hier irgendwo auch bezeichnet und beschrieben, und kaum jemand von uns ist ja nun tatsächlich auch Chemiker, sodass wir tatsächlich...